Herzlich Willkommen zu einem Heyday Video. Das ist mal was ganz anderes. Wir machen ein Heyday Spiel. Ein Gemeinschaftsspiel. So genau, hier steht's. Video läuft noch nicht, jetzt läuft's. Also, ich sehe was, was du nicht siehst. Das heißt, ich weiß nicht, kennt eigentlich jeder, aber ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist blau oder so, ne? Irgendwas. Ich werde mir jetzt irgendwas auf meiner Farm aussuchen und das werden wir dann fragen. Und, der Gewinner bekommt 30 extra 3 Runden. Ich bin mal gespannt. Wie viel sind on? 10 Leute. Los geht's. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... In der ersten Runde nehmen wir mal was Einfaches. Komm, wir nehmen braun und wir nehmen diesen Osterhasen. Let's go. Das ist braun. Okay, braun ist natürlich viel, ne? Baum und so, aber ich meine den Osterhasen. Den Schokoladen, Osterhasen hier zu sehen. Haus, Dach, Sarg. Nee. Ich gebe dir noch mal schnell Tipps. Das ist nahe unter meinen Feldern. Oberhalb des Bienenbaums. Man muss mal schnell Tipps geben, sonst wird's nicht... Oh, Schokohase! Oh. Er hat recht, Schokohase. Oha, wie schnell. Wie schnell, ey. Braun gibt's doch so viel. Das war, glaube ich, noch ohne meinen Tipp geschrieben. 30 extra für Bartosz. Okay, next. So, jetzt machen wir mal ein bisschen schwieriger. Okay, wir nehmen... Ja, Pink wäre einfach, ne? Das ist ja Süßigkeit Automatisch, fast alleine. Wir könnten Weiß nehmen und die Schafe, ne? Aber Weiß ist, glaube ich, richtig selten. Oder wir nehmen Rot und ich meine... Die Haaren standen. Ne, das geht auch nicht. Hellgrün und ich meine das hier auf der Torte. Oder das ist auch ein bisschen... Das ist immer so schwer dann zu beschreiben, ne? Oder wir nehmen jetzt einfach mal Gold. Komm, wir nehmen Gold und... Dann... Und ich meine das Stirnband vom Schwein auf dem Fass. Boah, das ist schwer, ey. Das ist schwer und klein. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, also das Stirnband vom Schwein, meine ich. Das ist schwer. Ne. Das kann ich mir da tipp geben. Unterhalb meiner Pferde. Ne. Gut von der goldenen Statue. Welche goldenen Statue? Ne. Das ist... In der Nähe der goldenen... des goldenen Greggs. Tortenofen, nein. Hä, unterhalb der Pferde ist doch nicht der Tortenofen. Moment, das ist schon schwer, ohne Scheiß. Das rote Tor. Ihr seht, was es tut, ich sehe das schwarz. Das rote Tor. Ne. Jetzt geben wir mal einen richtigen Tipp. Es ist auf einem Zettel. Das ist jetzt schon Next Level Tipp. Auf dem Plakat. Das schweinlich. Stirnband. Bei der Gitarre das Loch. Nein. Das Stirnband. Yay. Genau, das Stirnband. Richtig. Das war schwer, ey. Da muss man auch immer rechtzeitig Tipps geben, weil sonst ist die Motivation sehr gering. Okay, Greenberg kriegt auch 30 Äxte. Nice. So, jetzt letzte Runde. So, ich sehe was, was du nicht siehst. Das Igloo meint. Das wäre natürlich nicht so schwer, weil es gibt halt... Wenig Weiß gibt es ja gar nicht so. Also, das ist schon... Was ich nur noch schweres nehme. Oder Gold können die auch noch so ein, zum Beispiel nehmen. Ah, das ist immer so... Man muss es auch immer gut beschreiben können. Und ich glaube, Weiß können die auch so durchlaufen lassen, ohne Tipp zu geben. Komm, mit einem Weiß und ich meine das Igloo. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Weiß auf meiner Farm. Oh, weia, jetzt. Haus. Oha. Haus ist sehr undeutig. Zettel. Wo ist denn der Zettel? Weiß. Achso, welchen Zettel meint er denn? Achso, die, ne? Schafe, Baumwolle, Igol. Igol? Ich glaube, er meint Igloo. Igloo ist richtig. Oha, das ging schnell. Machen wir noch eine vierte Runde. Komm, Alter. Jetzt haben wir bald keine Exte mehr. 120 Exte mal ebenso. So, letzte Runde jetzt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist jetzt auf jeden Fall schwer. Es darf auch nicht zu klein sein, weil sonst... Also Stiermann, das war schon grenzwertig. Ich könnte einen Diamant nehmen. Mit dem Grabstein. Es gibt, glaube ich, keine anderen Diamanten, oder? Das soll einer erkennen. Obwohl, ich habe ja noch einen Grabstein. Ne, das ist dann blöd, wenn man mehrere Grabsteine hat. Ufeisen wäre auch gemein. Boah, ey, scheiße. Die sind doch echt gut, ohne Scheiße. Die sind echt gut. Wir gehen in die Props auf jeden Fall mal raus hier an die Gemeinschaftskollegen. Komm, wir nehmen jetzt das hier hier unten. Sehr einfach, was wichtig ist, das ist hellblau. Das sind diese Schwimmflossen, die gar nicht... So, das ist sehr schwer. Aber ich glaube, das mit Schwarz war noch schwieriger, aber also... Wir sind da meinen, die Flossen hier. Eben hatte ich schon... Das war eine Proberunde mit hellblau. Da habe ich die Kerzen hier gemeint auf der Torte. Das ging auch ganz gut eigentlich. Aber jetzt... Weil die Schwimmflossen, die sind ja eigentlich gar nicht auf meiner Farm. Ne. Wenn ich schreibe... Ich kann schreiben, es ist in der Nähe vom Blumenladen. Ne. Kein Wasser. Hat aber damit zu tun. Da hat Schwimmflossen. Oh, ich kriege einen Schub. Jetzt schreibe ich, es ist in der Nähe vom Blumenladen. Die meisten kennen den Blumenladen gar nicht. Das Wasser in der Schneekugel. Ne. Ne. Oh, ey, die Schwimmflossen sind schon heftig. Nein. So, das ist die Pferdesprungstange. Die Pferde, wo die raus trinken. Ist auch hier irgendwo, ne. Jetzt, es ist noch nicht erweitert. Puh, das ist jetzt der Next Level Tipp. Die Taucherausrüstung. Ah. Was von der Taucherausrüstung? Eigentlich ist das schon richtig, ne. Ne, ich meinte die Schwimmflossen. Weil die Taucherbrille ist nicht hellblau. Folse. Ja, ja, gut, war richtig. Richtig cool, ey. Ohne Scheiß. Müsst ihr auch mal machen bei euren Gemeinschaften. Müsst ihr auch mal machen. Die Folse. Wenn wir uns so schnell schreiben. Denken wir mal weitere Spiele aus. Das ist richtig cool. Denken wir mal auf jeden Fall weitere Spiele aus. Ich mache jetzt auch eine Playlist auf YouTube mit Hayday-Spiele. Wird mehr kommen. Bei Beamer kriege ich 30 extra. Ich brauche natürlich nur Preise. Aber ist ja egal. Erstmal extra hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat dir gefallen. Mega lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.